meine damen und herren hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ls 19 hof bergmann zusammen mit dem milky boy hallo so wir müssen jetzt was für schweinefutter abladen ich werde noch erkältet ich hasse es leute gute nachrichten das feld mit flügen müssen jetzt auch bald fertig hey yippie keine flugfolgen mehr gab schon zwei drei dritte folge jetzt hier schon fast eine dritte folge komplett ja ja spanngurte losmachen wovon man was hochheben will das vielleicht manchmal auch ganz praktisch ich lach nicht ja genau diese korrupten autofahrer ne da kriegst du die krise bei ja kommt ein rosa träger vorbei und was machen die kein platz ey das ist nicht ich stehe auf der straße will umdrehen anstatt einmal anzuhalten nähe wir brettern da jetzt mal mit 80 km h gefütter rein so schweinekringfutter und haben wir jetzt aber immer noch nicht ich weiß nicht wie es uns an schwein geht fischel wollte mich verarschen das war doch im singleplayer nicht so vielleicht ist das weil die schweine nur euro gekostet haben weil das vielleicht angeboten die anzeigen kreire auch man schwein für geld und wir haben noch schweine für geld oder nicht 23 oder so hat es doch ich ich kaufe schwein für geld Prozent ich nehme das für zwei mit zwei Euro wollte ich zwei Euro genau ähm nee immer noch nicht keine ahnung warum kümmere ich mich in die nächste folge drauf du hast gerade 6000 Euro gezeigt um das dahin zu liefern gehören scheiße nein hä von unseren das ist genauso viel euro auf unserem konto das ist glaube ich nur ein anzeigefehler das ding hat zwei euro gekostet da kannst du warte mal kurz das werden höchstens 300 euro gewesen das waren anzeigefehler ja aber warum noch einmal rum noch ist fertig das ist die welt und dann bin ich fertig hippie der körper auch glaube ich ein bisschen vorspulen ja weil es gibt dann nichts mehr so viel zu tun ach das GPS funktioniert irgendwie nicht so wie man will na komm jetzt lad doch ab hier hä warum kann ich hier hallo kann ich mir erst nicht aufschalten hä servus ich kann meinen Schweinefutter nicht abladen doch da war es gut hä und warum kann ich das ding nicht abladen hä oh kann sein dass das voll ist kann auch sein jetzt habe ich so viel Schweinefutter gekauft Leute ich kann ja nicht sehen wie man das an meinen Tieren geht ich kann ja nichts machen so zack so die Kiste hier wir haben hier schon erst Tor zugemacht merkt ihr das auf dieser Map gibt es so viele Tore die machst du einmal auf und dann die wieder zu ja sonst wirst du ja irre wenn du das jedes Mal auf und zu machen darfst dankeschön passt sie da vorbei das ist auch eine richtig coole Animation wenn du hier schlafen gehst ich weiß nicht ob das Multiplayer so ist ein Singleplayer ähm liegt einfach die Frau neben dir die sonst immer im Kiosk ist hier im Kiosk wollte ich schon sagen hier im Dingsabon ja hier die Uschi wir kommen in den Hofladen genau ach die brauchen Wasser ne brauchen Schweinewasser ich glaube ja ich bin schon unterwegs beim schönen John Degator richtig das geht nicht verdammt ich finde Waltra allgemein nicht so schön oh ja es geht so war halt das Preis günstigste mit ähnlicher Leistung ich finde ja den normalen John D6 sehr auch ganz cool aber der hätte wieder 200 Euro 200.000 gekostet wo gibt's nicht im Wasser weiß das einer äh ja ich neben dem Gasthaus ist am Händler kann sogar was holen oder du fährst halt äh jetzt äh warte ich fahr einfach zu Schorainerei da ist nämlich ein Fluss ja mal würd ich grad sagen oh hier ist ja schon ich das wüsste jetzt machen die ganzen Stellen die wir alle übergelassen haben fixe ich jetzt mal Aua die Schreinerei kriegt halt jetzt kein Wasser mehr Pech gehabt das hab ich mir jetzt nicht gehabt so einfach ist das ey hast du die Belegungsmod drinne? klar äh weiß ich nicht ob ich sie drin habe aber ich hab sie auf jeden Fall warum? ja ich muss gleich realistisch hä ich manno das geht nicht ich kann da kein Wasser holen weiß ich doch nicht aber ich glaub am Hof ist auch irgendwo ich weiß aber nicht irgendwo oder so war warum hast du eigentlich so einen kleinen Kackgefühl gekauft? ich hab den nicht gekauft ich hatte der war hier schon weißt du ach so ach so da stellen mich immer solche Sachen ja ich weiß der ist halt auch wirklich witzig ah ich weiß wo es Wasser gibt ich bin ja dumm da beim Kärcherplatz gab es Wasser ich bin ja dumm ich bin ja dumm da beim Kärcherplatz gab es Wasser ich hab grad einen 10er Ping wo so? äh 59 äh ne ich mein das Ping ist nicht FDS ja gut Ping zeigt er ja bei mir nicht an weil ich hoste ah geht doch und es kostet auch kein Geld läuft so äh ja ich hab FDS 60 durchgeführt und du so? ja auch er pendelt sich grad bei 50 ein ach so aber ist alles spielbar ja also ab 40 wird es kritisch aber ich finde also äh er lässt zeigt das ja auch an äh und deren Bereich wird ab ab wie viel waren das so ab 10 oder 15 ne 20 FPS da ist es dann wirklich komplett und spielbar davor naja geht so ähm wie kann ich doch mal die FPS sehen ich hab das F2 glaube ich äh warum zeigt er das bei mir nicht an dass ich zum Geier er zeigt nur bei mir äh äh ich hab ein Skript drin er zeigt das an aber das auch ein bisschen was nicht das stimmt manchmal auch nicht warum gibt das mit F2 nicht warum kann ich das hier wird kein Wasser angenommen läuft braucht die Kacken was warum sagst du das jetzt erst ne hier vorne ist Wasser trinken hab's gefunden ähm ne das kann sein weil du die Konsole nicht anfasst die älteste Konsole die Benutzer die Entwicklerkonsole heißt das so wie kann man die anmachen ach irgendeine Datei muss wie von 100% 93 meine Güte die verbrochen ja viel Wasser äh wo soll ich fluchenklatschen und bin fertig äh da 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 hier war da drinnen glaube ich hier irgendwo die 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 So... Jetzt hier noch ein... Parken. Wenn man einparken könnte rückwärts. Ah, Mann, ordinaryasy sieht aus. Geh doch. Äh, kann's vorspulen. Was machst du denn hier die ganze Zeit? Mal gucken. Lach nicht über meinen Gator. Der ist cool. So, jetzt spulen wir erstmal vor bis 19 Uhr und dann gehen wir schlafen. Ja, ich geh schon mal raus. Okay, mach das. Ich auch. Ich find das immer so lustig, wenn die Wolken sich so schnell bewegen. Ich kann jetzt schon schlafen, ne? Echt? Geil. Ich hab gedacht... Ah, mach mal elf Stunden. Siehst du das? Hast du die Animation auch? Ich find das so geil. Elf Stunden. Tiere, alltagsschwach gestorben? Hä? Hä, was machst du? Ja, nichts. Ich hab nichts gemacht. Ich hab noch mal Penn benutzt. Ja, läuft. Weil du Penn benutzt, geht das für mich nicht, glaub ich. Bei mir zeigt er mich jetzt... Lol, es schneit. Es schneit. Ja, es schneit. Nee, yippie. Aber warum sind die gestorben? Die Schweine sind gestorben. Alle. Ich glaube... Nee, eins ist noch hier. Mano, die waren, glaub ich, zu jung. Das fettes Süß hier. Futter hatten die aber. Naja, gut. Ja, wahrscheinlich zu kalt, und dann, weil sie so jung waren, und dann... Ich schneebschee. Ich schneebschne. Ich schneebschne. Ich schneebschne. Oh, bitte. Warte kurz, denn nimm du hier und die Schaufel. Und ich miete... Ich schneebschne. Und ich miete... Ich schneebschne. Ich schneebschne. Fräsding. Ich nehm schneebschne. Fräsding. Und ich miete uns mal was. Ach du scheiße, ich hab grad ne FPS Anzahl von 10. Warum? Weil ich was kaufe. Darum. Ah, das leckt bei mir wie sonst was mal. Du machst mal, wie du dich die zu? Mein kleiner Bruder sitzt gerade neben mir. Ich meine, das ist der Klappe klein. Jetzt guck zu, der ist Trecker-Fan. Ja, Gott, fett. Ich will fehl, fräsding. Nee, 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 nee. Nee, nee. Oh Gott, Hefe. Komm schon. Geh da ran. Hä, das ist schon dran, ne? So, jetzt. Ach, ich hatte... Ja gut, man kann auch nur eins machen. Schneeschieber oder Fräse, ne? Weil es funktioniert nicht so wunderbar. Ich will Schild. Ja, dann nimmst du Heizschild und ich nehm den Frontlader. Das ist mir völlig wurscht. Den geht er jetzt. Hat der hier Frontlader? Nein, hat er nicht. Du hast mir den Trecker weggenommen. Dumm, 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 dumm. Wohin schieben? Auf der Straße. Schenken mir den Autofahrer an. Nee, ich kann das gerne irgendwo hinschieben. Warte mal, komm mal hierher. Komm mal zu mir. Nee, nee, hier ist so ne Kuhle. Da kann ich das reinschieben. Okay. Sonst den Rest kannst du hier zu mir. Da ist... Oh, Slip. Er ist bei Slip 45. 46, 47. Eieiei. Ah, 58. Ah. Scheiße. Ach komm, ich... Ich... Warte. Hier, das ist günstiger. Ich miete mir so n' Ding. So, da wollen es mal Schnittschieben. Ja, das Schild ist jetzt aber meins. Ich hoffe, damit kann ich nicht schieben. Ich kann es halt bloß nicht zur Seite schwenken, aber es ist egal. Dipp, 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 Dipp. Ich kann... Ah, Null. Das kann man schwenken? Ja, dann schon. Das kann man schwenken. Das ist das Beste eigentlich. Ey lass mal gleich, ich mach mir so einen großen Schneehaufen und lass mal gleich mal ohne Schilder versuchen rüber zu fahren, um das zu fahren. So, ich weiß, dass es nicht stört. Nein. Nein. Alter, es slipped, weil 60% läuft, ne? 60% auf geradem Asphalt. Ja. Oh, oh, au, 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 au. Nein, 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 halt, stopp, halt, stopp. Oh Gott. Ah! Zwei FPS. Ui. Ui. Merci. Tied. Whew. Alte, sag mal leise bitte. Hörst du mal, klein Bruder? Ja, hör ich. Warte mal. Warte? Nichts. Oh Mann. Wie viele Minuten haben wir eigentlich noch? Oh, ja, das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann bis zum nächsten Video. Wir werden hier noch ein bisschen Schnee schieben. Ja. Haut rein. Ciao, ciao. Und tschüss.